Willkommen zu einem neuen Bär-Talk. Wir reden über, was das ganze Jahr bis jetzt eigentlich so war und was noch auf uns zukommt, denn es ist noch nicht vorbei, da kommen noch ein paar kleinere Sachen, deswegen nach dem Intro. Let's go! Let's go! War schon sehr geil, muss man sagen. Ja, sehr, sehr, sehr cooles Jahr. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gemacht, viele Events. Yes. Lokana hat ja das Jahr jetzt richtig... Überrannt, basically. Das war jetzt so das erste offizielle Jahr hier bei uns, wo Lokana mit Events und allem drum und dran... Was sagst du? Größtes Ding... Ich war bei den großen Events halt nicht so viel da, aber ich glaube wahrscheinlich schon halt das Lokana-Event, weil halt die Stimmung cool war. Ja, aber du kriegst ja auch genug mit, auch wenn du jetzt nicht da bist und organisierst dir und hilfst dir auch ein bisschen mit. Bist du ja auch selbst Spieler. Was sagst du, wie lief denn das Jahr so zu Lokana? Wie hat sich das Spiel so entwickelt, deiner Meinung nach? Also natürlich, wer davon mehr Detailliertes hören will, geht auf den Lokana-Channel und holt sich den Lokana-Podcast an, wo Daniel und der Typhoon genau über sowas reden, weil sie aus der Perspektive des Händlers sprechen, soweit ich es jetzt immer verstanden habe. Das ist ja aus der Sicht und natürlich auch ein bisschen spielerisch reden. Aber aus meiner Sicht, es ist brutal. Also Detailliertes ist ja eingeschlagen wie ihr Bomben. Wir haben ja, was, 20, 25 Spieler, die in der Liga mitmachen. Das ist mehr, als wir One-Piece-Locals haben. Das ist viel mehr, als wir bei Magic haben. Es ist weniger wie bei Yugi. Also es kloppt sich mit Yugi, hätte ich jetzt gesagt. Und das als Neueinsteiger im TCG ist total. Das muss man dazu sagen. Ja, das muss man dazu sagen, als ein neues TCG. Das ist der Wahnsinn. Wer es mal in Aktion sehen will, jetzt, heute ist Montag, ihr geht zwei Tage zurück und schaut euch das Samstag-Video an, denn da ist der Special-Vlog vom Floodborne-Release. Yes. Da ist er rausgekommen. Den könnt ihr euch gerne mal angucken, dann könnt ihr selbst ein Bild machen, wie so ein Lokana-Event bei uns aussieht. Und wenn wir schon beim Thema Events sind, was gab es denn noch alles? War Grandland Open 2 noch das Jahr oder war es schon letztes Jahr? Das Spiel kam im Dezember raus. One-Piece kam im Dezember, wir sind OP 5, 3, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Wir kommen ja jetzt auch bald zum ersten Anniversary-Jahr von One-Piece. Das heißt, wir hatten das Grandland Open 2 das Jahr. Wir hatten, wir haben immer Samstag den Yugi-Brawl, wo immer ein paar mehr Leute sind. Wir hatten eine Regional das Jahr, ich glaube im Sommer, Frühling. Kann sein, ja. Aber das Ding ist, also jetzt die Regional zum Beispiel, das Grand Line Open, das Floodborne-Release, da ist ja wirklich hier mindestens 100 Leute im Laden. Und das ist das absolute Minimum, was hier dann normalerweise ist. Und dann haben wir noch die zwei richtig großen Events gehabt. Wir hatten das Bushy Road Spring Fest im Frühling mit 300, 250, so um den Dreh. 250 aktive Spieler waren es, glaube ich. Und jetzt vor zwei, drei Wochen ist Bushy Road Championship, wo auch täglich so 100, 150 Leute da waren. Also Events können wir. Ja, ihr merkt, läuft. Fein sich, was wir nicht kriegen, ist Panda. Das ist von den Offiziellen. Ja, dafür läuft es für uns auch, wenn wir es so machen, ziemlich gut. Ja, da muss ich dann sagen, das nächste, was kommt, das ist nämlich wieder etwas, auf das ich mich freue. Das One-Piece OP05-Release. Yes. Dazu wird es dann auch wieder ein Event geben, bei dem die Leute dann Pre-Release spielen können. Pre-Release-Event, yes. Das ist so brandheiß, da will jeder mitmachen. Ja, da werden sie uns wahrscheinlich wieder die Bude einrennen. Ja. Darf ich einen Case kaufen? Nein. Uno. Uno. Und ein Case. Uno Display. Ey, aber da muss ich echt sagen, das wird bestimmt wieder richtig geil. Das ist schon lange her, dass ich bei einem One-Piece-Event dabei war. Da bin ich dann auch gerne zum Filmen dabei und tue dann einfach mal die Leute interviewen, was sie dann spielen. Das interessiert mich, weil das ist das einzige TCG, bei dem ich mitreden kann. Jo. Deswegen, da bin ich richtig, einmal dann richtig dabei. Und die krasse Frage ist natürlich, zieht im Pre-Release? Safe. Einer eine Manga? Safe. Oder den oder Ruffy? Safe. Imagine. Ich sag safe. An jedem da draußen, wer zum Pre-Release kommt, ein Ticket hat und da mitmacht und mitmachen will. Oder auch einfach nur Displays kaufen will, sobald es bei uns im Laden erhältlich ist. Wäre cool, wenn ihr die im Laden aufmacht. Weil wenn, ey, das ist auch so ein Ding. Falls ihr eine Manga-Art hier bei uns im Laden zieht, könnt ihr die direkt bei uns mit Top-Loader abgeben. Wir geben euch sogar extra einen. Und wir schicken die am Ende des Monats immer dann zu AOG und lassen die für euch dann graden. 22 Euro. Genau. Plus Versicherung, falls ihr Versicherung machen wollt. Und ich glaube, wenn es passiert, dass jemand die Oder-Signed-Karte oder den Manga-Ruffy zieht. Oder vielleicht sogar noch den Manga-Law. Kid, ne? Ich weiß nicht, wie viel der Kid gehen wird. Obwohl, der wird, denke ich, auch teuer. Aber Law und Ruffy sind sehr, sehr teuer. Deswegen, wer die hier direkt abgeben will, wenn die gezogen werden, kann sie sich direkt von AOG graden lassen. Was ich sehr geil finde. Und das ist halt auch schon oft genug passiert, muss ich leider dazu sagen. Nicht mal bei irgendwie großen Events oder so. Aber so, ah, ich hätte gerne einen Single-Booster. Ne, nicht mal. Also es war schon ein Display. Kommt irgendein Kollege, holt sich Display, chillt sich zu den anderen. Es war so, jetzt ist es fast geflucht. Es waren einfach nur Locals. Und der zieht dann einfach nach dem zweiten Booster direkt. Manga-Ace, glaube ich, war es. Wahnsinn. Also den Manga-Ace haben wir, glaube ich, mindestens dreimal hier im Laden geöffnet bekommen. Zwar nicht von uns, aber halt von uns. Das muss man halt auch mal dazu sagen. Wir haben noch gar nichts geschafft zu ziehen, aber Kunden haben hier wirklich jedes Mal so viel mehr Glück als wir. Deswegen, wer ab dem Release, ab dem offiziellen Release dann kaufen will, kommt vorbei, kauft OP05, macht's bitte vor mir auf, wer cool ist. Ich würde's gern sehen. Und die Wahrscheinlichkeit für Kunden ist leider echt immer hoch, dass die was Nices ziehen. Nicht leider, Dominik. Zum Glück, ja. Nicht leider. Ja, aber nach meinem sechstausendsten Display würde ich auch gerne mal eine Manga-Art ziehen. Äh, eine Manga-Art. Karma kommt immer wieder, Dominik. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber, ganz ehrlich, ich sage zum One-Piece-Pre-Release-Event zu OP05, vielleicht nicht die Manga, vielleicht nicht die Signed, aber es werden auf jeden Fall teure Karten und ist auf jeden Fall was Krasses gezogen. Aber ich sag trotzdem, mindestens eine Manga ist dabei. Boah, aber du musst überlegen, diesmal sind es nur 16 statt 32 Spieler pro Event, ne? Ja. Aber trotzdem, eine kommt, eine kommt. Es sind zwei Events, eine kommt mindestens. Aber ich glaube, bei 16 Leuten, ich sag, eine kommt. Eine kommt, ja, mindestens. Eine von den vier krassen Karten kommt mindestens. Ich hoffe, ich werde es auf Kamera haben. Wenn nicht, ich höre es schreien und ich renne sofort hin mit der Kamera. Oh, ja. Und dann noch ein Event, auf das ich mich sehr freue. Ich weiß nicht, ob du schon tätowiert bist. Noch gar nicht, ne? Gar nichts, ne. Dann ist es vielleicht jetzt, Ende des Jahres, mal Zeit dazu, denn am 2. Dezember ist die Tattoo-Tata wieder hier bei uns. Kommen sie wieder vorbei. Und ja, dann werden wir ein paar Tattoo-Künstler hier im Store haben. Ihr könnt bei uns auf der Fläche Karten spielen, wie immer, machen, was ihr wollt. Die linke Seite ist wieder prepared. Dort wieder, wer es schon mal erlebt hat, wer nicht. Dazu gibt es auch Special Vlogs, die ihr euch angucken könnt. Einfach bei der Kanal oder einfach oben suchen, Battle Bear Tattoo-Tata. Genau. Oder einfach, wenn ihr auf dem Kanal seid, Videos bei der Lupe Tattoo-Tata. Da werdet ihr dann auch was sehen, wie so ein Tattoo-Events bei uns im Laden abläuft. Das finde ich eigentlich auch saukrass. Wo gibt es sowas, dass du in einem Play Store? Antwort, nirgends. Weil wenn wir das immer haben, sind wir die kleinste Tattoo-Korn Deutschlands. Das gibt es nicht kleiner. Echt? Ja, also das war mein letzter Stand. Das war bei der ersten Tattoo-Tata, dass wir damit die kleinste Tattoo-Korn Deutschlands sind. Guinness World Record. Die Sache ist, warum ich mich nicht stechen lasse. Ich muss erst mal das hier in den Griff kriegen. Ich will nicht dick ein Tattoo haben, dann abnehmen und dann sieht das Tattoo-Scheiße aus. Ich weiß nicht, ob das so ein... Es kommt darauf an, wo es ist. Rücken. Ja, okay, gut. Also, ich werde mir wahrscheinlich irgendwie hier was oder an der Schulter oder sowas, was Kleines, um zu gucken, wie krass ich eine Mimöse bin, wenn es ums Stechen geht. Es tut wirklich nicht so sehr weh. I know, but I hate needles. For all dear life. Ja, also, du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, Blut abnehmen oder sowas ist schlimmer. Habe ich noch nie gemacht. Hast du eine Impfung schon mal bekommen? Ja, als Kind. Ja. Dann alle gleichzeitig. Ist schlimmer. Keine Ahnung, aber als Kind, wo ich mich nicht dran erinnere. Darum, ich habe panisch Angst vor der Nadel. Nein, nein, panisch, aber ich mag Angst. Wenn der Arzt mit der Nadel kommt, dann ist es bei mir so. Aber ich würde dir dann empfehlen, einfach, um es auszuprobieren, lass dir einen Strich machen oder so. Ah, doch, ich hatte eine Impfung. Corona. Ja. Ja, aber da habe ich auch einfach weggeguckt. Und da ist es auch nur kurz. Da ist es halt ... Aber da fühlt es sich bei Weitem nicht so schlimm an. Es ist keine Nadel, die tief reingeht und die sind auch nicht besonders dick. Die sind ja super fein. Es fühlt sich an wie, wenn du dich so kratzt, so reiben. Aber halt im Verlauf von manchmal ein paar Stunden. Und es kommt halt auf die Stelle an. Aber so das hier, Oberarm, Schulter, da wo ein bisschen mehr Muskeln oder mehr Fett ist und so, das wird es jetzt nicht so sehr wehtun. Nee, weil ich habe Tattoos, die ich mir auf jeden Fall, wenn nicht gesundheitlich, ne, Gewicht, hinten irgendwann mal ein Poppes-Hoch-Cree geplant habe. Ich habe auf jeden Fall mal vor, Name von Mutter, Schwester und Bruder, wahrscheinlich Oma, Opas, irgendwo in der Konstellation zu haben. Ich will das Mastersort irgendwo haben auf meinem Körper und ich will irgendwo Zorro mit, dass es nichts passiert, irgendwo haben. Das ist eine coole Idee. Und in meinem Liebsten quer über den Rücken, ne, dass, wenn ich mich umdrehe, Zorro dich so anguckt. Aber dann hast du halt so viel Platz weg. Aber irgendwo muss irgendwas von Zorro sein. Selbst wenn es nur seine Jolly Roger ist. Okay, ein bisschen out of pocket jetzt, ne, dass wir darüber reden. Aber was ich mir so richtig cool vorstellen könnte, es gibt doch den, äh, dreiköpfigen Zorro mit Aschura am Hintergrund. Das würde sich so gut zu einem Yakuza-Style Backpiece anbieten. Stell dir das mal vor über deinen ganzen Rücken mit Aschura. Ja. Na, und den lila Flammen und so. Also es gibt sehr viel, was ich, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich das irgendwann mal hinkriege mit mir und ich passende Geld habe, ich werde, also wahrscheinlich, wobei je nachdem, ne, wie es hier im Laden ist, ich bin ja nur Azubi, bla bla, aber ich hoffe natürlich, dass ich hier für immer schaffen kann. Und da, hier weiß ich ja, dass Tattoos okay sind, ne, Chefs? Ähm, das ist dann halt auch, an sich ist ja die smarte Taktik, dass du nur bis hier hingehst, dass du fürs Jobleben das hier frei hast, dass du, wenn du Bürojobs und so einen Quatsch machst, dass das nicht stört. Aber wenn ich hier schaffen bleiben darf, ey, dann, gut, ja, gib ihm. Wenn es cool aussieht, gib ihm. Das ist aber auch so ein Ding, ich meine, ich kann es verstehen, Handtattoos, ein bisschen grenzwertig vielleicht oder Face-Tattoos sowieso. Aber, äh, in einem Bürojob oder so, mittlerweile, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch so ein riesen Ding ist. Ich meine, klar, wenn ich mit Kunden zu tun habe und ich sehe aus wie Hells Angels oder so, kann ich verstehen. Aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei irgendeiner Firma Standardbürokram mache und mit den ganzen anderen Coworkers nur arbeite. Ja, wenn du keine, nur Coworker hast, dann nicht, wenn du Kundenkontakt hast. Ach so, okay, ja gut, das kann ich dann verstehen, weil Kundenkontakt ist nochmal was anderes. Aber ich meine, bedeckbar ist es ja in den meisten Fällen. Ja, aber wenn du jetzt im Sommer einen Longsleeve tragen musst, dein Leben lang, solange du das schaffst, ist halt schon blöd. Muss man bei der Bank aber sowieso. Ja, Bank, aber, oh, ich war ja vorher, kauf mal einen großen Außenhandel, da habe ich Kundenkontakt. Und das ist jetzt nicht die Bank, es ist zwar eine größere Firma gewesen, ja, aber, ich sag es mal so, der eine Chef von, also der eine höhere Stier, der hat, bis hierhin, der hat nur Longsleeve getragen. Und mein Gott, der Mann hat getrievt im Sommer. I can tell you that. Da bin ich ja froh, dass ich was Künstlerisches mache, weil da ist es egal. Ja. Mir ist es egal, du künstest. Freelance. Das ist nie gesicht gezeigt, weil es Bumms bei dir, solange deine Qualität liefert. Ja. Aber ab dem Moment, wo du Kundenkontakt hast, ne, und dein Chef vielleicht noch ein bisschen altbacken ist, ne. Meinst du, das geht irgendwann weg? Äh, ja. Das ist wie Jogginghose. Also, in manchen, in jüngeren Betrieben, wo es ein jüngerer Chef ist, wenn du keinen Kundenkontakt hast, gibt es auch Leute, die halt mittlerweile Jogginghosen und Sachen und so erlauben. Aber natürlich, wenn du Kundenkontakt hast, solltest du jetzt keine Jogginghose tragen. Ja, das ist ja selbstverständlich. Das ist, das ist genauso wie in Japan. Wenn du in Japan mit einem sichtbaren Tattoo rumrennst, dann kannst du die Hälfte der Läden nicht rein. Damn, okay. Zettelverbot. Du darfst in keinen Onzen rein, also, ne, offenes Bad, darfst du nicht rein. In 80 Prozent der Fälle. Damn, das ist ja. Weil es halt das Stigma hat mit der Yakuza. Darum, ja, es ist bumms, du darfst nicht rein, weil das angsteinflößend ist für die Japaner. Naja. Also, ne, Old Gen, New Gen ist mittlerweile halt so, sieht doch cool aus. Also, es wird ja immer mehr, es wird ja immer mehr offen und alles, ne, aber es braucht seine Zeit. Es ist halt noch sehr viel Altbacken, aber Altbacken ist auch nicht immer schlecht. Aber, zurück zum Thema, die Events. Wer sich, äh, wer, auch wie wir von Altbacken dann, ähm, angeprangert werden will, dass man angeblich zur Yakuza gehört, kann sich ja bei uns tätowieren lassen. Sehr viele, sehr coole Künstler, ähm. Sehr viele auch preis, äh, ausgezeichnete Künstler. Und preiswert, auch für die Qualität, du die kriegst. Ich meine, wenn ich mir da Danny sein, Gojo und sein, ist das Sasuke oder Itachi? Ist das ein Sasuke? Ja. Ja, Sasuke, äh, anguck, Bombe. Mhm. Und das ist auch nicht so, wenn's dann vielleicht doch nicht ganz perfekt passt, ne, oder so, ähm, die, die Leute kümmern sich um euch. Wenn die merken, oh, da müssen wir nochmal nachstechen, kriegst du direkt Kontaktdaten, hier ist das und alles, Termin und dies und das. Ja, das, das sowieso, dann noch, ähm, na, für alle, die das noch nicht hier so miterlebt haben, die ganzen Artikel, die man zur Pflege braucht, sind mit dabei. Alles dabei, jede Creme, die du brauchst. Man wird richtig, man wird richtig beraten, ne, äh, eine Freundin von mir hat sich ja ihr erstes Tattoo hier stechen lassen und die haben locker eine Stunde lang mit ihr geredet, wie, wo, welcher Fond, weshalb, warum, also alles, um sich, damit man hier nicht einfach hinkommt mit einem Pinterest-Bild und sagt, das da. Das da, bitte. Das da und genau so und, und dann machen die ja und stellen keine Fragen, ne, die kümmern sich hier wirklich um dich und es sind halt wirklich sehr, sehr gute Künstler aus jedem verschiedenen Style, ähm, manche, die preisgekrönt und sehr, sehr gut sind in Color-Tattoos, Black & White, äh, Black & Gray, ähm, Fine Line oder wir haben auch welche, die sich auf Animes und Mangas spezialisiert haben und dann ganze Panels zeichnen können, was auch meistens sehr, sehr cool aussieht. Deswegen für Nerds ist alles hier dabei und ihr seid bei uns im Laden, also könnt ihr danach, ähm, noch einkaufen oder spielen. Genau, also wenn ich mal so aufzählen kann, ne, der Danny hat, äh, Gojo und Sasuke auf den Beinen, du hast Whitebeard und, äh, Bioshock. Und Bioshock, genau, das Elektroplasmide, oder? Marc hat, äh, einen Dragonball-Radar mit Freezer, Vegeta, Boo, glaube ich. Boo und Cell, also einmal die Hauptbösewichte, glaube ich. Kann sein, ja. Auf dem, auf dem Arm. Wir hatten noch was, äh, Yannick hat sich eine Spinnendame stechen lassen. Die sah richtig sick aus. Die war wild. Das ist ein richtig krasses Tattoo. Die Jungs hinten haben noch, also Daniel und, äh, Heiko und, äh, Danny. Ich glaube, Danny hat, hat auch, hat er auch einen Dragonball irgendwo? Ja, die haben alle einen Dragonball. Ja, die haben alle einen Dragonball. Aber das ist schon, das war das schon länger her. Ja, ja, ja. Das ist vor der Tourata. Also, äh, Danny und Ramon haben das Battle-Bear-Logo im Nacken. Also, Ramon hat's nicht im Nacken, aber. Wo hat's den Ramon, auf dem Rücken? Auf dem, auf dem Oberarm. Ah, auf dem Oberarm, ja. Danny hat's im Nacken. Ähm, was weiß ich noch? Ich glaube, ah, es hat sich doch, also, es sind so viele gute Motive. Der Heiko hat sich, äh, Darth Vader und Yoda, glaube ich, auf dem Rücken tätowieren lassen. Yoda und Vader in so einem Comic, äh, so, ah, wie heißt denn dieser Stil? Das, was du so auf der Kerbe auch so, diese Cartoon, also nicht Cartoon Cartoon, ne, wie von den Amerikanern, sondern diese lange Nase. Also, Karikatur-mäßig. Genau, davon, auf die, auf die Schulterblätter war's ja, glaube ich. Also, ja, also, ihr habt da Variationen, was es so kann. Vor allem von zwei Tertövierern gleichzeitig. Gleichzeitig. Das war, das war auch ein, ist im Vlog zu sehen, ne, wer das sehen will. Michael hat sich seine Sriracha-Soße hier stechen lassen. Ja, und, äh. Sein Con. Con aus, ähm. Chainsaw Man. Chainsaw Man. Boah, was noch? Äh. Gojo und Itadori. Gojo und Itadori hat er sich stechen lassen. Also, legit, egal, was ihr haben wollt, ihr, pfff. Findet hier einen Artist, der das für euch macht. Ja, und das Beste ist ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das hier ist. Kommt regelmäßig. Es gibt Footage, ihr könnt es euch angucken. Wenn es was für euch ist, dann schaut am 2. Dezember hier vorbei. Ihr könnt in den Laden kommen. Ihr müsst auch nicht mitmachen, ihr könnt euch auch nur anschauen, wie das hier so ist. Aber ich kann euch echt empfehlen, für jeden, der ein Tattoo haben will und sich hier sowieso in diesem Laden wohlfühlt, ähm, besseres Event dafür gibt's, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist einfach, damn, hier sind gute Künstler, damn, hier sind gute Leute. Bock. Bock. Ja. Ja, ich glaube, aber bis auf das nächste One-Piece-Set und die Tattoo-Tata ist, glaube ich, nix mehr. Dann ist das Jahr schon rum. Es ist Weihnachten, vielleicht machen wir an Weihnachten noch was. Das weiß ich jetzt nicht. Letztes Jahr hatten wir ein Pokémon-Weihnachtsturnier gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr wieder machen. Aber, ja, so langsam kommen wir gegen Ende. Und dann ist Silvester. Oh boy. Ja. Da freut sich jemand schon auf die Semester-Party. Yes, Silvester-Feier wird geil. Dann gibt's, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Kommentiert gerne, zu welchem Event ihr am liebsten erscheinen würdet oder welches Event ihr euch sogar wünschen würdet, falls ihr eine Idee habt. Klickt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.